Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von FIFA 22, die Karriere. Ja, wir sind weiter auf dem Weg Richtung Spitze als Stürmer, als Spieler. Ja, und deshalb machen wir gleich weiter mit der nächsten Woche. So, was haben wir denn hier? Mal wieder Training, ist klar. So, Übung hinzufügen. Wir nehmen heute mal, was nehmen wir denn? Dribbling, nochmal schwer. Übung 2 machen wir das da, das Minitor. Und dann bitte alle simulieren, wie immer. Und dann Übung 3 machen wir Schusstechnik, und zwar Weitschussübungen. Und dann bitte wieder simulieren. Perfekt. Und jetzt kann es losgehen mit dem nächsten Spiel. Wir steuern wie immer uns selber und nicht das ganze Team. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Das brauchen wir nicht, das lassen wir aus. Sondern wollen ganz schnell wieder Action sehen. Ja, ich bin gespannt, ob wir heute wieder erfolgreich spielen werden. Wir haben uns ja gut entwickelt. Wir sind Torschützenkönig bis jetzt. In der österreichischen Liga zwar nur, aber immerhin. Vielleicht gelingt uns ja irgendwann mal der Clou. Und wir wechseln wohin zu einer Spitzenmannschaft. So, schauen wir mal. Ja, das sollten wir schaffen, eigentlich. Dann geht es hier weiter. Vielleicht schaffen wir auch mit Salzburg den großen Clou. Und wir gewinnen hier was. In der Champions League zum Beispiel. Blaue. Oh, ein Stückchen gelb oder was. Eine Witzker, die erste gelbe Karte. Ja, als Leader, als Führungsperson, muss man da mal Kante zeigen. Und Glück gehabt. Es war von hinten. Ja, tut mir leid, Trainer. War irgendwie unabsichtlich. So. Oh. Oh. Nein. Ich bin raus. Was ist denn hier los? Äh. Ne, ich schaue es natürlich nicht an. Ich simuliere das Ganze. Scheiße. Ich bin ja noch gesperrt. Und Gott sei Dank gewinnen wir. Du Scheiße. Ja, das habe ich jetzt auch nicht bedacht. Das ging jetzt schneller als erwartet. Der hat mich echt verarscht. Der. Oh je, oh je. Aber ich habe es auch gewonnen. Das ist natürlich jetzt doof, weil wir die Punkte verlieren. Und auch noch Champions League spielen. Nein, der Witzker. Aber Champions League darf ich ja mitmachen, ne? Ich glaube schon. Äh, Leute. Das war jetzt wieder super. So, Radrunde. Gut. Dann machen wir hier Karussell. Alles simulieren, bitte. Und Übung 3 machen wir Standards. Planken in den Strafraum, bitte. Also jetzt bitte das nächste Mal etwas ruhiger angehen, das Ganze hier, ne? So. Weiter. Jetzt kommt OSL, genau. Champions League. Ganz wichtiges Spiel. Ja. Wunderbar. Vereins News. Oh. Da bin ich mit dabei. Bei den wieder des Monats. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Und dann bitte weiter, ne? So. Also der war jetzt echt schnell, der Platz war jetzt. Ist mir auch noch nicht passiert. Okay, weiter geht's. Tut mir leid, aber was soll ich machen? So. So. Jetzt schauen wir mal. Champions League, ganz wichtig. Da dürfen wir uns jetzt nicht planieren. So. Wenigstens haben wir jetzt mal Anstoß und können damit jetzt nicht gleich das Volk beginnt. ein bisschen länger auf dem Platz als, glaube ich, drei Minuten. Weglassen. Weglassen. Ja, wenn wir hier weiterkommen würden, in der Champions League, das wäre schon ein super Erfolg. Was ist es? Vorsicht. Hallo. Ei, 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 ei. Erste Chance, ey. Für Lil. Da war das aber nicht geplant. Über das Tor, über das Rang. Boah, Mann. Schon wieder. Hallo, Brunak. Ganz verrate. Jetzt wird's wieder gelb. Ich weiß auch nicht, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Du musst hier echt lachen. Tut mir leid. Du fühlst uns unglaublich. So, jetzt kurze Ecke. Nein, weg damit. Wie ist denn? Klatt verrate ja doch. Können jetzt kommen. Können wir wieder Fußball spielen, wenn's geht. Weiter weiter vorne kommen. Ei, 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 ei. Raus. Sind wir nicht ganz auf dem Platz. Sind wir Tabellenführer in der Champions League? Na, ihr seht das ja gerade. Hallo. Oh. Drück. Paul. Raus geht raus. Da kommt's. Oh, Mann. Klick zu hoch. Schade. VG. Der Spitzname. Setzlos. Reinstoß. Jetzt geht's weiter. Klasse. Komm, 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 komm. Oh, das ist immer schnell. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Schade. Gute Idee. Aber leider nur, ja, wie soll ich sagen, zum Vorwärts. Der Versuch, wenn wir aufpassen, vor sich kommt da, ist nur zurück. Schöner Ball, klasse. So, jetzt kommt Sanchez. So, jetzt kommt Sanchez. Schade, nicht aufgepasst. Abseits. So, jetzt kommt Sanchez. So, jetzt kommt Sanchez. So, jetzt kommt Sanchez. AHHHHH мн out, da. AGHH! U- UP NOT WEYAAAA KNAPP! Keine Routenkarte. War gefährlich. Abseits! Näh! Noch ein in! da hat so nicht und abgefangen klasse ah, da ist das Ding und wir machen das Tor, das Erste mit dem Kopf diesmal ja, mit dem Kopf geht es natürlich auch nicht nur mit dem Fuß super Lüpffahrer rein, klasse und dann sind wir groß genug keine Chance pass also, Paui also, ich fliege hier und nix, ne? oh, was nicht das ist, er rün das ist er rün gut, pick it gut, take it ja, wunderbar, der Ball, Klauze boah, fahrt ihm nicht, glaube ich war das, oder? dann muss er hier wieder alles aufbieten, der Torwart den Ball da zu halten warte, 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 ich muss rein so, gleich ist Halbzeit rauf, einer rauf lasse, Paui ach, schade halbzeit und wir machen gleich weiter natürlich keine lange Pause das ist ja das ist ja Vorteil. Schön. Klasse. Nee, so leicht geht er auch nicht. Ja, da ist das Ding. Leider keine Vorlage, aber immerhin 2-0. Wichtiger Treffer. Oka vor. Da jubeln sie. Die mitgereisten Bands. Oka! 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 Vorteil. Jetzt gibt's gelb. Irre. Nein. Glück gehabt. Oka! 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 Hallo, hinterher. Schön, mit der Parade. Sieht der. Keine Chance. Aber schön, super, da. Achtung, gut. Nächster Wechsel. Und auch bei Salzburg. Geben. Klasse. Zadamu, wunderbar jetzt. Komm, 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 komm. Der Flanke, auf geht's. Schade. Eckball. Noch 20 Minuten knapp. Jetzt spielen wir's hier mal noch aus. Abflag. Wir sind weiter ungeschlagen in der Champions League. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, Kindert! Pick zu weit! Vierte Schwinde noch. Vierte Schwinde noch. Wieder raus, da, klasse! Come on, zurück! Ja, ja! Hallo! Nein! Ah, verdammt! Angel mit dem Anschlussreffer. Ja, ich war schuld. Ich habe einen Fehler gemacht davon, ich weiß. Tut mir leid. Tut mir leid, I'm sorry. Okay. Dann kann Köhn den Schuss nicht festhalten und dann, ja. Okay. Ja. 3-1, aber ist nicht so schlimm. Oh, viel Pass. Ja, ja, ich komme schon. Sehr gut. Wunderbarer Pass. Klasse! Au! Das hat wehgetan. So, gleich ist Schluss hier. Anspiel. noch mal Freistoß. Ja, übers Tor. Alles gut. Keine Gefahr. Keine Gefahr. Noch mal die Ecke hier. Nächste Ecke. In fünf Minuten nach viel Zeit. Was ist hier los? Können wir mal abpfeifen, bitte? Die nächste Ecke. Das war's. Salzburg gewinnt. 3-1 in der Champions League. Ganz wichtig. Ja, wir haben uns noch in der Wünsche gut gespielt. Ganz okay. So, wir machen gleich weiter mit der nächsten Woche. Würde ich sagen. Hier nochmal. Was haben wir hier? Wollen wir nicht. Genau. So. Übersicht. Ja, 10,0 ist eigentlich ganz gut. Die Quote. Und weiter geht's. Jetzt ist die Frage. Ah ja, hier die Entwicklung nochmal. Oh, alle drei haben wir erfolgreich erfüllt. Sehr gut. Wunderbar. Das ist doch sehr gut. So, jetzt geht's weiter. Aber jetzt glaube ich, müssen wir eine Einspielpause machen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Nee, ich will Entwicklung. Mal schnell die Skill-Punkte verteilen, die wir haben. Machen wir das da bitte. Und das da. Und das da. Genau. Okay, weiter geht's. Ja, nix die Woche. Okay. Ja, ich muss trainieren. Ja, das muss ich klar machen. Klar. Kommt, Torjäger. Und er sagt hier, äh, ich bin nicht gut genug, ne? Also, unglaublich. So, weiter geht's. Training. So, Abwehr. Machen wir das da. Das da. Alles simulieren bitte, ja. Und dann natürlich machen wir noch, äh, direkter Freistoß. Okay. Bin ja sowieso nicht dabei, oder? Genau. Bin nämlich hier gesperrt. Deswegen können wir hier gleich mal das simulieren, ne? Ich hoffe, er gewinnt ohne mich, ne? Ja. Genau. Ich bin ja sowieso nicht dabei, oder? Na, Glück gehabt. Weiter. So. Also, ihr seht, es läuft auch ohne mich. Ist das ein gutes Zeichen, oder ein schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht. Na gut. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt mit der Folge eine Pause, ne? Ja, eigentlich war geplant, dass ich zweimal spiele, aber ihr wisst ja, ne? Ich muss ja einmal vom Platz und dann eine Spielpause machen. Deswegen jetzt die etwas kürzere Folge, aber dafür dann beim nächsten Mal wieder eine längere. Okay. Also, sag ich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.